oh ich kann top drücken während des ladens wow willkommen zurück bei rainbow six mit dem daniel und im engel und dem sammlungshalle wb tv max und den gießen 32 die werde ich kennen auch hier sind ja auch meine drohne ich habe ein problem jungs ich habe jetzt keine kohle mehr das war meine letzte drohne ich glaube dass die letzte runde dann also kann der witz echt nicht an kommt schon was bitte ich habe kein geld mehr das war meine letzte drohne ich kann in zukunft nicht mehr mit geiseln retten und dergleichen angriffserlaubnis erteilt findet die geisel und was soll ich dann sagen ist ein herber verlust ich meine ja also meine drei entscheidenden kills möchte ich fast meine in der letzten runde auf jeden fall also ohne die hätten wir auf jeden fall nicht gewonnen wenn er sich gesehen habe dann guckt er ja nicht mehr an ich folge mal wieder in der hatten plan hier vom spiel manchmal klingel kannst vorstürmen ja er kann auch reden das ja ist wie kommt einfach mal fett zurück so was machst du da ist ja das ist wirklich sicher hinter die ab ach hier müssen wir hin geht es zu ok treppenhaus ist clear gerade hier also im haupteingang rein gerade durch rechts hinter der soll hinter der mauer ist also es sind sogar zwei kastle und wahrscheinlich kapkan ok ich schmeiße gerade alle das gejammt dann nehmen wir die metalltür dann schauen wir da einfach mal zu Un Granatem Achtung Achtung Oben Ich habe die Wo oben, 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 oben Wie kommt denn der daheim? Ich war doch gerade oben Was auch auf... ich schmeiße Flash Ein Granatem Blatt Nee! Ja mitbekommen Muss nachladen Oh eher eher kommt doch warte Ich Schieße Schiess doch Ich war ان Nachladen und mache�� Und bin tot Ganz Chaotisch gar nicht Ich habe nachgeladen deswegen konnte ich nicht schießen habe ich den gar nicht getroffen alter nice aiming dachte zuerst jetzt in direkt getötet aber nein 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 dem war leider nichts ja ich habe das andere gesehen Echt? Ich hab irgendwas von China-Einheit gelesen. Ja, die sollen als letztes Kommentar... Ich weiß jetzt nicht, ob USA oder Brasilien als nächstes kommen, aber... Ja, wahrscheinlich aus den USA gesehen, das war wieder eine Frau und wieder einen Mann. Und sie weiß, dass eben nochmal USA, Brasilien und Japan kommen soll. Aber in welcher Reihenfolge kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Japan, da kann ein Samurai oder irgend so was. Werfen da Ninja-Sterne? Hast du einen Instant Katana-Kill? Hast du einen Ninja-Stern? Das kann ich mir sogar vorstellen. Besoffener und Erster aus dem Team. Ja, hast aber keinen Operatorman in dir nehmen kannst, oder was? Ja, doch, 57 eigentlich schon. Er lädt halt einfach nur. Mhm. Wurde es wahrscheinlich nicht mehr werden. Hm. Also ich glaube, ich gehe damit ein. Lende dann einfach hier, keine Ahnung, irgendwie so eine Folge der Walking Dead oder so, blende ich dann einfach ein. Ich glaube, dass wir alle gerade quatschen, das läuft, glaube ich, bei mir im Zeitraffer. Also ruhig ein bisschen langsamer sprechen. Tja, ich glaube, das war ein kurzes Vergnügen. Ich glaube, es passiert nichts mehr. Ich gehe mir mal kurz eine Matrix-Pilogie angucken. Aber lass uns den einfach mal kurz rausvoten, dann. Ach, tut sich was. Wo ist dein Problem da? Oh, es geht los. Oh, es geht los. Ach, das glaube ich, ja. Sch... Hat der geladen oder wurde ja... Nee, der hat geladen. Nice. Scheiße, von hier kann keiner kommen, Mann. Ja. Du, what's his plan... Ach, his plan is to die. Ja, sie kommen schon, also Drohne ist schon drin. Im Einsatzbereich bleiben. Ach, er ist raus. Oh. Es bleiben 10 Sekunden. Hup. Du musst in dieser Zone bleiben. Fünf Sekunden noch. Sperre scharf gemacht. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Oh, ich hab mich ausgesperrt. Ich geh in den Keller. Ja. Hat einer die Kameras? Aktuell keiner. Ich glaube aber, die sind gerade im Haupteingang. Oder? Ich weiß es nicht. Ich will hier heute nicht sterben. Einer muss hier sterben. Außer der dort hinten. Also der, ja gut. Es sei denn, du rennst Ingrid wieder vor die Flinte. Verletzt. Nice. Da ist auf jeden Fall einer. Bei mir hier ist einer am Turm. Also einer kommt aus der Garage. Mindestens einer. Ich bin irgendwo unten im Keller. Sprenghock. Ich bin jetzt durch den ganzen Keller gerannt. Und komme jetzt von der anderen Seite. Mal gucken mal bitte. Wo wurde sie direkt? Nein. Das ist ungünstig. Schade. Schade. Einer ist schon im Geiselraum drin. Schade. Einer ist schon im Geiselraum drin. Da ist einer. Twitch wahrscheinlich. Ich habe gerade mal zwei Stück geholt. Nur mal so. Ähm. Einer kommt in die Garage rein. Freak. Pass auf von links. Ja. Granate. Ne ne warte mal. Wo bist du? Von rechts. Hier kommt er. Genau. Soll er kommen? Ich höre ihn. Oh jetzt wurde er zurück gezogen. Nein. Scheiß Leck. Oh wie geil hat er ihm den Backup gegeben man. Oh. Richtig gut gemacht. Das hat er gerade in dem Moment gemacht. Wie hast du zwei Sekunden eher vorgegangen hättest geholt. Ja das kann sein. Auf jeden Fall hat er. Hat er. Hat mich geil. Also hat geil aufgepasst. Hat ihm ein geiles Backup gegeben. Finde ich richtig gut. Was haben wir geil sein. Schade. Puh. Immer noch. Ja. Zwei Kills. Ach verdammt ich hätte grad vier haben können. Bisschen eher losgegangen. Aber ich weiß halt nicht ne. Ich hab die gehört. Die wussten ja dass ich da bin. Der hat eine Granate auch geworfen vorher. Und ich hab ja davor das Teammate da geholt. Genau an der Stelle. Ins plus. Ich hab keinen einzigen Kill und mir trotzdem erster. Ja markieren gibt halt auch gut Punkte. Na. Ja aber mehr als Kills. Also ich hab jetzt. Bei. Bei. Mal markiert. Also das war fast gar nichts. Ach das ärgert mich gerade so ne. Man hätte. Ich hätte so viel mehr aus der Runde machen können gerade. Ähm. Büches sauber. Ich hoffe. Dass ich. Oben. 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 Ja. Seine Gesichtin ist jetzt schon. Ah. Inja in nem cleverer Weise die andere Treppe. Dürfte wahrscheinlich schon gejammt. Ne. Tatsächlich nicht. Sehr gut. Und das Regal. Ach schade. Ich wollte nicht. Also ich hab keinen haben sie auf jeden Fall noch. Ah du wolltest das ja auf die Geise schießen ja. Jep. Ach schade. Schade. Das hat er mich noch gesehen. Ja. Aber. Gut gemacht. Gut gemacht. Kamera. Äh. Kameras schon down. Also die uns sehen schon. Fenster aufpassen. Ich find's so geil. Dass man. Dass man die Geisel hier hört. Geräte werden ausgeschaltet. Ah. Schade. Funktioniert auch nicht. Ah. Jetzt wissen sie von wo wir kommen. Äh. Wissen sie nicht. Erst wenn das Ding da dran ist wissen sie es. Ja. Ich bin da. Sprengst du? Ne. Warte. Irgendwo. Ah wo ist hier die scheiß Kamera? Da. Aha. Eine Panzerplatte zerstört. Was ist denn eine Panzerplatte? Die Castle Wand. Wie kann man mit der Headshotranate zerstören? Hab ich. Kamera. Nicht aufstehen Freak. Auf von hinten. Nice. Hat er geil gemacht. Was willst du da machen? Also hat er dich auch? Ne. Hab den verwandelt. Na hat er auf mich geschossen. Ja Freak. Wenn du mal kurz Zeit hast. Kannst du mal gucken. Du kannst hier oben durch diese Schlitze durchschießen. Wo bist du da? Ah verdammt. Cool. Hat es mich doch. Also theoretisch könnte ich die Geise jetzt töten. Ja Ingele muss man aber sagen hat er geil gemacht von hinten zu kommen ne? Ja da war noch ein zweiter und der hat mich dann doch noch mit dem C4 geholt. Da war einer. Ach man da war doch einer. Ah Daniel du holst die Runde. Ah du hast ihn. Nein nur verletzt. Schade. Sind wir durch? Da wurden sogar schon die 100 keine Ahnung Punkte angezeigt. Echt hast du den Kill noch bekommen ja? Ne weil mir stand halt einfach nur 120 Punkte für Headshot aber. Absolute Niederlage. Leute damit verabschieden wir uns. War trotzdem ne lustige Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.